Falsch! Ich mach das jetzt so. Hä? Wie soll das gehen los? Alter, ich hab auch keine Idee. Ach ja. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Wie soll das gehen? Ich will schon mal was probieren. Ja, das geht. Ja, alles klar. Und der Edelstein. So, wie krieg ich jetzt den Rest der Kisten? Alter. Ich hab keine Ahnung, wie ich an den Rest rankomme. Ja, egal. Machen wir mal den nächsten Level. Machen wir mal das hier, Traum im Raum. Ja. 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 Rot haben wir? Holen wir den gelben Da wüsste ich mir auch gerne wo der ist Ich habe den langsamen ! $30 $30 $500 $ $ Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt muss ich erstmal gucken, ähm, wo der Geld ist Ich hab mal absolut keine Ahnung Aber ich denke mal so 70, 80% hatte ich heute schon vor zu zeigen Nein! Wasche mal ne Maske, ist der noch besser. Wasche mal ne Maske, ist der noch besser. Lauf. Lass mich mal gucken, wo der Kinn ist, das interessiert mich jetzt richtig hart, wo der ist. Wie ich an die Kiste komme, absolut keine Ahnung. Da bräuchte ich ne Mitleidsmaske oder sowas. Die mische ich jetzt bitte an die Mitleidsmaske. Danke. Wie kommt man nämlich da auch hin? So, ich würde echt nicht sterben, das wäre jetzt nämlich nicht so schön. Da oben. Moment. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich weiß, wie ich da hin komme. Da ist es schon. Ja, genau da. Ja, genau da. Habe ich es mir noch gedacht. Zimmer den Gelben, das ist sehr schön. Oh, Alter. Ich glaube, es ist nicht zu sehen. Entsacey kommst du in die Schule nicht auf dem Krim zu Lore. So, ich bin eigentlich nicht zu sehen. Das kann man selber so tun. Ich bin auszug auf dem Krim zu lassen. Ach man, ich hasse diese Stände. Ich stelle das einfach mal als Seen des Fotos. So nenne ich die. Ja, ist klar. Alter, ich hasse es, wie soll ich das denn so abschätzen, diese Reaktionsscheiße. Wie soll man das abschätzen in dem Moment, dass sich der Stachel auspackt und dann irgendwie, man ohne dass man davon nicht getroffen wird, das wegmachen muss. Das ist mein Monospiel? Wäre noch besser. Ah ja. 44. Okay. Lassen wir die mal kaputt gehen. Alles klar. Machen wir. Ach nee. Komm schon, ich will nicht aufgehen. Ich kann das. Das grenzt schon an meinen Ehrgeiz, dass ich das auch kann. Ach, du grüne Neune. Wie soll das denn gehen? Okay, das ist ein bisschen... Alter, gut. Mich ja schon förmlich anstrengen, um darüber zu driften. So, hätten wir's. Ach ja. Ja, läuft. Das läuft einfach so was von total in die Hose. Ja, geschafft. So schön. Nerviger Cell. Alles bei feucht und muffig. Ich hasse die Frösche. Ja, die mag ich nicht. Fünfundsechzig. Nüßler. Ja. Ähm. Aha. Alter. So, 35. Okay. Ach so höre ich da auf. Moment. Hm. Ich höre ich nicht da. Ja. Ja. 1 3 4 3 4 5 4 6 Ich glaub, so muss das funktionieren. Ach, das ist... Okay. So, ich hab's gesehen. Oh, das ist so dumm wieder mal. Oh, wie kann ich mich noch hassen? Kein Problem. So, ich hab's gesehen, wenn ich nicht mehr kann. Ist das so? Ja, so geht's. Oh mein Gott, ey. Dämlich. Ehm. Ähm... Na gut, lass dich mal so im Raum stehen. Muss ich nicht hinterfragen, lass dich mal im Raum stehen. Solche Zeit, mach der Schmutz. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so lange werde. Die Schmutzung kommt auf den Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist eine Schmutzung. Zwei? Zwei? All schick Ich denke einfach, das hat seine Richtigkeit So, noch 15 Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt finde Ja, nur noch 10 Ich glaube, ich weiß, wo die letzten sind Ich glaube, eine fehlt Hä? Okay Verstehe ich nicht Gut Keine Ahnung Ich glaube, ich hoffe, ich will Das ist ein bisschen Ich glaube, ich hoffe, ich habe Ich schaue ja wirklich überall nach, aber das sind so Stellen, wo ich echt nicht weiß, ob die da sind. Und vor allen Dingen, wie soll man auch so auskommen? 47, komm, nehmen wir es mit. Ah ja. Oh, das muss man was wissen. Im Ernst. Im Ernst. Das war's für heute. Ach, hier sind ja welche... gar nicht geschehen... Drei noch... Äh... Ach, das sind bestimmt die Nitro-Kisten, ja... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja... Ich glaub, ich bin langsam echt zu alt für irgendwelche Games. Du bist zu ältere... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ja... Das war's für heute. Das war's für heute. Und das in der Stunde. Das ist echt erbärmlich. Kann man einfach nur sagen... Das war's für heute. 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 Ne, wirklich nicht. Ich versteh auch vor allem nicht, warum Leute mich kaum noch gucken... kaum abonnieren. Ich versteh's nicht. Immer so. Gut, dann schauen wir mal weiter... Aaaaand, was machen wir denn jetzt? Hier! Der nächste neue Session... Naja... Ach, wisst ihr was, Leute? Ich höre voll drauf! Wir haben echt genug geholt! Also 62%! Echt total gut! Und... Auf jeden Fall, es fehlen uns noch 13 Edelsteine... Und 18 Relakte! Das dann noch echt ne Menge ist! Das heißt... Können wir mir vorstellen, so... 2-3 Aufnahmen brauche ich noch für das Spiel! So wie das aussieht, ja! Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, das ist Mike da, ein Abo... Und eure Meinung! Danke fürs zu sehen! Und bis zum nächsten Mal dann! Ciao, ciao!